Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Popsocket abmachen und anschließend zum Beispiel auf einer neuen Hülle wiederverwenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir unseren alten Popsocket vom Handy bzw. von der Hülle entfernen und gleichmäßiges ziehen. Macht hier wirklich keinen Sinn, da dieser doch relativ fest sitzt. Deswegen einmal schauen, dass wir zwischen dem Popsocket und der Hülle irgendetwas dazwischen schieben können oder zum Beispiel auch mit dem Fingernagel dazwischen gehen. Dann sollte er sich nämlich auch schon von einer Seite relativ gut lösen und wir können das Ganze ganz einfach abhebeln. Falls es mit dem Fingernagel nicht funktioniert, dann kannst du gerne auch mal so eine Kreditkarte zum Beispiel probieren drunter zu schieben oder im Notfall auch einen flachen Schraubendreher. Bitte aber darauf achten, dass wir natürlich das Handy dann nicht zerkratzen. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Klebeschicht säubern und natürlich auch wieder aktivieren. Das geht laut Hersteller am besten, wenn wir einfach mal den Popsocket bzw. die Klebeschicht unter lauwarmen Wasser mit unserem Finger sauber machen und somit natürlich auch diese Klebeschicht wieder ordentlich reinigen. Wenn es dann passt, Wasser natürlich wieder ausmachen, den Popsocket einmal kurz abschütteln, dass natürlich auch das überflüssige Wasser hier wegkommt und dann wieder laut Herstellerangabe für circa 10 Minuten an der Luft einfach trocknen lassen. Länger sollten wir das nicht machen, da sonst der Kleber angeblich an Klebekraft verliert. 10 Minuten sind um, der Kleber ist wieder trocken und jetzt muss ich mir nur noch die richtige Position für meinen Popsocket aussuchen. Normalerweise sagt man, dass man das Ganze relativ mittig setzt. Ich weiß aber von meiner Frau, dass sie es gern hier etwas weiter unten hätte, weswegen ich hier mal sauber ansetze. Es ist alles mittig ausgerichtet und dann drücke ich es einfach mal mit ordentlich Kraft fest. Zum Schluss ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir den Popsocket jetzt am besten erstmal für ein paar Stunden nicht verwenden sollten. Also das Ganze am besten wirklich mal über Nacht stehen lassen, denn dann haben wir auch den bestmöglichen Halt. Und somit haben wir so einen Popsocket jetzt auch schon richtig abgemacht und auch wieder verwendet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Popsocket mit den verschiedensten Motiven oder auch gleich eine neue Handyhülle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.